hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren part und ich habe dieses ding anscheinend vergessen ja aber ich habe eine shotgun jeder mag shotguns aber ich weiß noch nicht aber ich finde gut dass jetzt alle sachen langsam finden außer die ganzen zahlenschlösser die ich nicht aufbekomme abschießen muss ich abschießen bleibt auf der anseite dieses holz weil dieses holz malz bitte bist du ein guter zombie ich mein guck und da meint man manche zombies sind grausam und böse ein ganzer dieser zombie man wie kann man wie kann man so einen netten zombie nur nicht mögen da komme ich nicht rein aber irgendeine andere tür war verkettet nur irgendeine andere tür war nur verkettet und let's look was die nein das war die im sprechzimmer aber auf dem weg glaube ich zum sprechzimmer ja ein zombie wird uns voll in die fresse laschen wir müssen wir gleich weghacken den müssen wir gleich weghacken einer kommt uns entgegen zeit ist auszuprobieren leute jetzt gibt es schrot für zombies exklusiv lebst du alter seine halbe seite fehlt du bist aber ein robustes mist stück bist du jetzt tot alter wenn ihr das da wird so sieht mein freund auch aus alter also zombie halb weggereist gereist reist ich brauche mehr munition und schießpulver habe ich eins selbst wenn es ein dicker wartungsmann am leben warum ist hier auf einmal wieder alles mit zombies voll weißt du dass wir hier sind munition wird immer knapper delikat würde ich sagen und überall sind die fenster offen weil dieser fucking hubschrauber pilot zusammen zum hubschrauber fliegen wozu brauche ich das locker room cap locker room cap david merkt ihr mal cap cap merkt ihr mal cap code im locker room wir haben nichts wo ich mein holz einsetzen kann oder hat seinen job erfüllt ist ob schon dann begonnen aus meinem inventory aber hatte der schlüssel vor allem sein job erfüllt dann bist du wieder am leben werden dich gebeten wieder her zu kommen die olle best minispiel i have ever played man herzchen schloss diese polizeistation ist crazy wo sind locker rooms also bibliothek habe ich nicht ganz warte zimmer ich aber es gab doch irgendwo locker rooms scheiß drauf ich geh jetzt selber hin ist der gun locker auf jeden fall wieder mehr munition ich bin besorgt wegen dem schlüssel ich habe ihn einfach aus meinem inventar geworfen dabei könnte ich den vielleicht nochmal brauchen aber andernfalls wozu sollte ich den schlüssel aus der gaststätte aus der tanke brauchen hier in einem polizeirevier polizeirevier lebt der feuerzombie wieder abgekühlt haben sie dich aber ja er lebt wieder warum sind es zwei die beide ich verzichte seit wann sind da zwei ich soll mal Demos Artikel 13 geben sobald es sie gibt, ich gehe dahin Junge, mir geht langsam die Munition aus, Zombies werden es immer mehr sieht mir aus, als ob das Burger King zählt vor dem Toilettenzill ich bin fast eigentlich auf der Mitz in der Toilette nein, weil da was immer was sein könnte du bist auch kacke okay, Leute, also nochmal Schießpulver, war hier Alter, yes aber was ich hab nur 13 fucking Kugeln ja, gut Nacht ich hab mich so gut gefühlt mit meinen ganzen Kugeln, die ich vorhin hatte jetzt sind wir wieder auf 13 Kugeln muss ich das erfahren? ja, die lasse ich hier nicht rein nein die lasse ich da ich wär ja blöd wo waren hier die Energiezelle? you know the fact der Lexro-Teil ist da hinten irgendwo ich muss irgendwie wieder zum Anfang mit dem kommen jetzt geht's ans schießen hier war ich schon, hier ist eine X-Mär Alter, wie viele drei? dicker Bachmann-Zombie der doppelt scheiße scheiße ach so, damit kann man nachgucken, ob sie nochmal leben, wenn sie dann aufstöhnen alter das ist so die irre Lady, alter irre Lady ist tot muss diese Tür offen sein? muss das sein? ich weiß nicht ganz, ob ich diese Tür jetzt komplett öffnen wollte ist hier noch irgendwo einer? nichts, dass später Marvin gefressen wird der Typ, der im Hauptraum ist es Marvin hier war ja nix mehr, oder? da habe ich jetzt alles durch hier nein, hier ist noch grünes Kraut und Senf joa joa dann glaube ich, kann ich gehen wenn ich da lang, ich will da lang kann ich da rein? nein und bei irgendeinem Raum bei irgendeinem Locker Room muss ich dann irgendwo Cap eingeben hier war irgendwo eine Tür noch nicht gesichert äh, welche war das? oh mein Gott ich weiß, was Disney dafür kandidiert hat Disney Disney das war der Teil von der Eichkollegen shit, okay soll ich da lang gehen? ich meine, ich muss da nicht mal rein ähm, ich glaube, ich gehe durch das Büro Westseite ganz schmerzbefreit gehe ich durch den weniger gruseligen Teil komme dahin, wo ich hin muss ohne mir dabei fünf Zombies einzufangen das muss ja nicht sein ja, du bist da auch noch die vergesse ich nicht alter dummes Stück, scheiße so viel dazu super geil geht's dir nicht gut? Sir soll ich Ihnen gleich in den Kopf schießen oder erst, wenn Sie aufstehen? ich mach's gleich ja, der erscheint sich krank zu fühlen ich glaub, der will sich einfach nochmal hinlegen ihm scheint es nicht so gut zu gehen okay, dann nix oh, ich weiß nicht, wie wir Cap ausprobieren könnten war der hier, der spinnt? ne, der ist weiter oben irgendwo ist noch ein Spinn ein allein rumstehender Spinn mit einem drei Buchstabenschloss wenn da Cap reinpasst hier, boah C A ich hab's dir kein Peel Cap äh, okay dann braucht der ein anderes dann nicht Cap andersherum das ist alles erstes was hast du jetzt gemacht? hast geguckt und zwar ob Cap andersherum gehen würde ja das sind Frauen-Jokes also ach Gott sexistische Jokes war jetzt nicht so gemeint, Alter oh Junge, yeah, boah da räumt der ganze da ab, der kleine Slawiner gimme dem Shotgun-Shel stehst du auf? wenn man abgemacht würde der steht nicht auf der steht auch nicht auf guck mal Junge, man kann nicht den Arm abschneiden wenn man ganz viel arbeitet hallo, geht's bei dir nicht? doch, 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 guck der ist ab ja, ganz toll ich bin so super ich bin so super ich hab's doch entweder, dass du das willst ich hab's doch entweder, dass du das willst ach so, im Gottesnamen ich hab's was ich nehm den das sind die Licker ganz 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 vorsichtig alter alter sobald ganz sind wir so gut wie tot würd ich sagen einfach abknallt ich hab kaum Munition was du sagen was du sagen alter gönn ihn dir der da hängt äh die Fratze von Tüpen sieht genauso aus wie die Fratze von einem Typen der mich in der Pauze immer sehr nervt mit mir den ein Licker alter guck wo steht's wo steht's guck halt die Auge nach unheimlichen Mistkerlen offen die gehäutet aussehen wir nennen sie Licker die sind zwar blind wie Maulwürfelbesitzer aber dafür in überragenden höher sind also einfach leise wegzweißen ja dieser motherfucker kleiner Spoiler darf irgendwie werden später den ganzen Haupten bei dir sein oder hätte ich irgendwie nicht erwartet äh muss man da machen up to date elektrogerät wau gar nicht wau 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 cool ja jetzt schloss code für einst der schlösser ich gebe ich bin übrigens abverringen zweiter flur west seite 1f merke den schild und kaffee mit deinem handy ab mein handy hat keinen akku benutzt dein handy fotografierst ab aber was weiß sie nicht sein stück yes endlich kriege ich mal was für eins dieser schlösser ist das gut genug so? ja diese blendgranat nicht was ich davon anhalten soll also gegen die liquor wird es definitiv nichts bringen aber ich bin ich bin ein genius ich bin ein genius ich habe das elektrogerät mit der batterie versorgt jetzt kann ich vermutlich das C4 oben springen jetzt kannst du Part beenden und jetzt kann ich den Part beenden sagt er mir dann in den im empowering wir müssen Spannung halten Untertitelung des ZDF für funk, 2017